Endlich, endlich ist es soweit. Jetzt ist es soweit. Das ist das erste Mal, dass ich sehe, dieses kranke Projekt. Machen wir weiter mit der allerersten Folge von Seven vs. Wild Teams, die Aussetzung. So, wir fangen an. Und jetzt geht's rein. Let's get it. Oh, shit. Oh, shit. Okay, ist geil gemacht bis jetzt, aber. Geil gemacht. Ey, ich bin voll drin, ich sag's euch ganz ehrlich. Auch so von der Mucke, von den Soundeffekten, Grafik, Sprecherstimme. Holt mich ab. Unendliche Psychose. Wenn ich die Flasche schon sehe, schieb's. Alleine, dass wir die beim Packen dann noch sieben Stunden gebraucht haben und alles. Es ist so schrecklich. Ich will diese Flasche nie wieder sehen. Für euch zum Unterhaltungsfaktor super. Aber für jeden, der so ein Ding wirklich packen muss, so das geht's ums Überleben. Das ist die pure Folter. Das will ich nie wieder. Ich will auch in zukünftigen Staffeln nie wieder irgendwas mit einer Flasche zu tun haben. Dann mach sieben Gegenstände oder meinetwegen drei Gegenstände. Aber diese Flasche, Digga, wow. Da ist das wirklich, damit verbinde ich nur Schlechtes. Vielleicht habt ihr das mitbekommen. Aber ursprünglich war geplant, dass ich mit Andreas Killing halt die Geschichte mache. Und ja, der ist einen Tag an einem Arm vor dem Start halt gegangen von der Produktion. Und wenn man mich fragt, zurecht. Und mehr dazu brauche ich noch nicht sagen, weil ich glaube, Fritz Meinecke hat es in 43 Minuten auf seinem YouTube-Kanal ausführlich erzählt. Und ich kann nur bestätigen, dass es alles stimmt. Hier, 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 bei der Szene, wartet, guckt euch das an nochmal. Ich hab den Trailer mit Jasbek und Ette geguckt und die haben mir einfach, die waren felsenfest davon überzeugt, dass das ein Spot von jemandem war. Hier, Baumhaus. Ist die Quatsch. Einfach nur Äste über Äste. Wie war der Moment, Schatz? Das war so krass. Wie du wusstest, so jetzt, jetzt geht's los. Warst du aufgeregt? Ja, wir sind, wir sind da hingeflogen, gell? Ja. So, das erste Team ist vorher geflogen, dann wir erst. Ja. Und da dachte ich, scheiße, warum wir erst später? Komm, wir waren das sehen. Was ist los? Ja, ja. Wie ich es in Panama gemacht habe, weil ich bin ja von dem Helikopter rausgesprungen. Und während dem Springen habe ich schon laufen lassen, weil ich hätte fast den Helikopter gepisst. Wir sind ready. Was passiert jetzt? Wir müssen mal. Ey, ich sag euch ehrlich, als wir an diesem Punkt waren, ich weiß nicht genau, warum. Ich war nicht aufgeregt, Bro. Ich weiß bis heute nicht, warum. Ich war nicht aufgeregt. Ich war so, also ich hätte so, ich habe gesagt, alle sind zwei aus zehn gerade. Also sonst ist mein normaler Ablauf bei so Sachen, ich bin bis zu den letzten 15 Minuten nicht aufgeregt und dann habe ich den Durchfall meines Lebens und übertrieben Bauschmerzen. Ich hatte nicht mal meinen Durchfall, Chat. Jetzt ist Kanada dran. Das hier ist das echte Game. Jetzt, heute, ist dieser Moment gekommen, an dem wir... Fragt mich bis heute, ob er die Rede vorgeschrieben und auswendig gelernt hat oder was? Also eins muss ich sagen, so Knossi, der hat ein Talent, den er nicht selber kennt. Ich glaube, also zum Thema Motivation, Selbstmotivation und Überzeugung, also gigantisch. Der Knossi-Ergebnis wird natürlich nicht gegeben, aber der Junge, der wächst über sich hinaus. Und das, was er erzählt in der Gruppe, sein Erfolg ist auch seine Authentität. Er ist echt, er ist kein Fake. Leute, die keine Ahnung von... Mann, Bruder, Knossi hat mich die ganze Zeit da angeguckt. Er guckt mich die ganze Zeit an. Ja, Bro. Digga. Knossi war so süß. Er hat wirklich 900 Mal, ich habe es ja schon in Behind-the-Scenes gesagt, aber er hat wirklich 900 Mal zu mir gesagt, komm, ey, Kevin, du schaffst das, du schaffst das. Du schaffst das. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Zeig es den Leuten da draußen. Ja, Bro. Um da nochmal was kurz dazu zu sagen, weil das viele vielleicht auch falsch verstanden haben oder so und Knossi hat es auch schon öfter gesagt, aber ich will auch, dass es von meiner Seite aus nochmal kommt. Dieser Punkt, dass Knossi sowohl bei Staffel 2 und Staffel 3 diese Rede gehalten hat, lag daran, weil ich ihn dazu genötigt habe. Also, das ist nicht, weil Knossi sich irgendwie in den Vordergrund geschoben hat und meine so, ey, 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 komm mal zusammen, ich mach eine Rede, ich mach eine Rede, sondern weil wir alle gesagt haben, Knossi, Knossi, komm, mach eine Rede, weil Knossi es halt kann. Weil Knossi natürlich auch so ein Entertainer ist, weil er irgendwie passende Worte findet, weil er die Leute so motivieren kann. Der will mal oder wollte in Staffel 2 und auch 3, dass ich das immer mache, meint, Fritz, du musst machen. Du musst machen. Ich sag, nein, Knossi, mach du. Mach du, ne? Das wollte ich halt nochmal loswerden an der Stelle. Vielleicht ist er seine Lebensversicherung. Das, Bro, das hast du mal geregt. Das war so, das war so, das war so. Wir helfen, die gemeinsame Flasche besonders präzifisch zu packen. Alter, oh mein Gott, krank. Eine... Was für eine Kack-Pose. Wir sollten uns eine Pose ausdenken und alles andere war schon weg. Oh, so eine Akrobatik da. Absolute Überraschungskiste. Alles kann passieren. Digga, ich denke immer, Romathra und X sind gleich groß. Ich check das immer gar nicht. Erst, wenn ich immer Videoaufnahmen sehe. Digga, Startgewicht 115,3 Kilo. So eine Scheiße. Ich habe drei Tage mir die ganze Zeit gedacht, ich esse, was ich will. Ist egal, ich nehme eh wieder ab am Ende. Ich habe fünf Kilo zugenommen in drei Tagen. Ich habe so reingemastet, so dumm. Aber Style-mäßig finde ich auch geil, ne? Also ich muss sagen, ich feiere den Hut von VLAN sehr. Aber sonst finde ich, der Drip ist on point. Ich bin, klar, ich bin kein Streamer und kein YouTuber und alles drum und dran. Und hier, wir haben jetzt Trimax und Romathra. Und meine Kinder, quasi, die feiern diese Jungs unwahrscheinlich. Und die sind, also zum Beispiel Leon, der ist ein Riesenfan von Trimax. Und der sagte, Joey, ein Autogramme von Trimax. Right? Und ich dann halt quasi, als das Ganze fertig war und wir alle zurückgeflogen sind, habe dann halt den Trimax halt quasi gefragt, ob er eine Videobotschaft auf mein Handy machen würde für den Leon, dass der Leon quasi seine Berufung nachgeht und dies und das, weil er ist weg von zu Hause und alleine in so einem College leben mit allen Menschen, die er noch nicht kennt und dies und das. Und ich, vollidiot, habe den Romathra gefragt, ob er ein Video machen kann von dem Leon und dann hat er dann dieses Video gemacht und dann habe ich mich bei ihm bedankt als Trimax. Ich dachte, Romathra ist Trimax und Trimax ist Romathra. Die haben natürlich mich angeschaut und gesagt, Joey, oder für sich gedacht, du bist, ja, du weißt nicht mal, wer Trimax ist, aber das ist die Geschichte halt mit Trimax und dann habe ich dann hinterher dann den Trimax doch gefragt und er war auch ganz lieb und hat auch ein Video. Also, ich habe beide Videos eine Lehre geschickt. Danke an euch beiden. Das war mega. Guck mal, das ist das für eine Scheiße. Das ist ja mal ein Rucksack oder irgendwas. Das Ding schon zu tragen war schon vorbei. Das ist so doll, wenn ich das hier schon sehe, das ist so doll, nicht das Kanada, was wir uns vorgestellt haben. Schöne Hügel, Graslandschaften, klare Flüsse, Wasserfälle, Waldboden, durch den man durchgehen kann. Das ist crazy. Das ist direkt am offenen Pazifik der ganze Bums. Ist krass. Krass, das wieder zu sehen. Da haben wir uns, da haben wir uns noch mega gefreut, weil das sieht ja toll aus. Du hast einen riesen Strand, der begehbar ist. Das sieht ja aus wie ein Paradies. Das ist ja, das ist ja super. Aber da wirst du auch mega gefreut. Aber zu überleben, ein Strand, bringt ja erstmal nichts. Ich muss jetzt da schnell hin und pissen. Wie unefisch. Wir winken und sagen Tschüss. Wie geil, Alter. Rumatran muss erstmal pissen. Die Drohne filmt dich, Alter. Nicht jetzt pissen Rumatran. Die sind 10 Sekunden da, und es geht schon los. Digga, den Spot wieder zu sehen, ist so krank, ne? Das ist so krank gerade. Heilige Scheiße. Boah. Ihr checkt glaube ich auch nicht, wie lang ein Tag ist, wenn du nichts hast, wenn du nichts isst, wenn du, wenn, dann ist so ein Tag unendlich lang. Und davon 14. Egal was man macht, also wir jetzt 14 Tage Minecraft spielen, ist man am Ende gefickt. 14 Tage ist so, so, so lang. Alter, dieses, diese ruhige See bei denen. Es ist so ruhig idyllisch, dieser Ausblick. Weite. Absolut, diese ruhige See. Und das Rumatran, der asthmatische Enkel ist von Indiana Jones, das haben die gesagt auf Freebie. Denn Fritz lacht niemals. Bei dem Fenster... Ne, ich lache nie. Außer am Stream. starke Szene hier auch nochmal eingeblendet. Sehr gut, sehr gut gewählt. Props ans Team. So, jetzt will ich meine Meinung auch hier aus der Community hören. Wie findet ihr unseren Move? Wer erkennt ihn? 10 aus 10, oder? Dragon Ball. Ja, Fusion. Da hinten fliegt unser Aussetzungs-Heli weg. Ich bin so beeindruckt, wie krass sie dieses Szenario so... Wie geil sie das gefilmt haben. Wie klar und deutlich. Ich wusste wirklich, ich bin so gespannt, wie das bei mir aussieht. Ich hab wirklich an alles denken können, außer an geschaltes Film. Das hatte ich noch nie in meinem Leben. Normalerweise Kamera immer das Wichtigste. Ich bin wirklich beeindruckt, wie gut und ruhig die Trimax und die beiden bisher gefilmt haben. Krank. Genau, also unsere Ansage war, dass wir maximal quasi bis zu dieser Kante hier vorne gehen dürfen. Hier, also ne, es ist ja Spotbegrenzung. Das heißt, maximal bis zu dieser Kante hier. Wupp, 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 wupp. Natürlich auch nicht unendlich rein in den Wald, sondern so, dass man natürlich irgendwie realistisch und das auf keine anderen Teams trifft. Falls da wer sein sollte, wissen wir zu dem Zeitpunkt nicht. Und andere Seite war... Ja gut, da hab ich erstmal noch nichts zu sagen. Links waren Höhlen. Bruder, wirklich, das hätten wir auch machen sollen, Bro. Die waren viel taktischer, als wir es waren, Junge. Bruder, wir einfach so richtig blind irgendeine Scheiße gelabern, während wir geflogen sind, Mann. Ich hab einfach zu Dominik irgendwie so sechsmal gesagt, das ist voll krank, das ist voll krank, what the fuck. Stattdessen haben wir, also stattdessen hätten wir da einfach gucken sollen, ob da irgendwas ist, Mann. So dumm, Bro. Wenn ihr genau hinschaut, dieser Einer, der, ich hab seinen Namen vergessen, ich glaube, der ist Frank oder Sven, der an Bord ist, der halt militärisch ist, das ist ein von der Fremdlegion, also richtiger Profi, der gekümmert hat, dass man halt quasi abgesetzt wird in der richtigen Stelle. Jetzt bin ich gespannt, was die Naturensöhne aus Berlin für ein Location haben. Okay, der Spot auf jeden Fall deutlich kleiner, aber was hier, jetzt aus dem Bauch aus, ich war da nicht, ich kann's nicht sagen, es ist jetzt ein reiner aus dem Bauch aus Gedanke. Was hier, glaube ich, der große Vorteil ist, dass du von diesen kleinen Felsen aus super geil angeln kannst, weil du merkst schon, das Ganze wirkt hier eher so ein bisschen wie so eine kleine Bucht und guckt mal, wie ruhig das Ganze ist. Bei den anderen, bei den Spots, die ihr davor gerade gesehen habt, auch wo ich und Mali waren, war das Ganze breit, offen und mehr so strandmäßig ins Wasser, wo du natürlich super beschissen ähm, angeln kannst und wo natürlich auch die, die Gegebenheiten wettertechnisch ganz, ganz anders sind. Siehst du auch schon an der Vegetation hier so ein bisschen, ne? Andi ist genau wie sein Kompagnon gerne Outdoor unterwegs und baut gemeinsam mit Gareth die wildesten Konstrukte in den Wald. wie ihr grinst, Digga. Wie ist das Kacke? Seit 20 Jahren sind sie beste Freunde. Boah, das ist cool. Sie werden zusammen überleben oder zusammen sterben. Boah. Das ist cool. Das ist richtig cool. Boah. 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 Was für Männer. Oh mein Gott, Männer. Dinger. Stell dir vor, du kommst nach Hause und die zwei ficken deine Bitch. Was machst du? Warum haben wir so ein Low-Skill-Ranking bekommen, WTF? Ich finde es auch sehr geil hier von Reese deren beiden Idee zu sagen, ey, Shirt weg, scheiß drauf, no fucking excuses, wir gehen raus, wir nehmen uns nicht zu ernst und ich glaube, alle können das mehr als nur fühlen und nachvollziehen, weil, sind wir uns mal ehrlich, ist doch scheißegal, ist doch top, wenn man sagen kann, ey, passt, ich bin, wer ich bin, Punkt aus, basta und der Reese, geil gemacht, wieder reinflext, fühle ich sehr tippitoppi. Wirklich, ich habe da zwei Minuten gelabert und sie schneiden nur das Bro rein, das ist so frech, das ist so frech, wirklich, das ist so frech. Ja, dieses Gefühl, was die gerade geäußert haben, dass es wirklich jetzt und hier startet und der Hubschrauber, weil ich bin auch mit Jan mit dem Hubschrauber abgesetzt worden und du denkst, scheiße, jetzt fängt es an und an dem Moment hast du schon Hunger und denkst, oh Gott, jetzt fängt die 14 Tage an, natürlich Freude, Ängste, alles irgendwie zusammengemischt. Orca! Hier unten! Wahnsinn, ihr könnt es euch, ihr könnt es euch nicht vorstellen, wir fahren da raus und plötzlich geht es los, wir sehen Orcas und was weiß ich alles und denken uns einfach so, yes, 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 wir sind jetzt bald Teil dieser unfassbaren schönen Natur, dieser unfassbaren Landschaft, diese Tiere, wir sind die Tiere am Land und die sind im Wasser, wir werden eins und wir ziehen das durch. Wir setzen uns ganz kurz hin und chillen zwei Minuten und kommen mal kurz runter. Ja, wir kommen erst mal runter. Sehr gute Idee. Sehr gute Idee. Wir kommen an und machen erst mal eine Pause. Wir kommen an und machen erst mal Mittagsschlaf zwei Stunden. Wo bin ich denn? Ey, aber optisch sehen deren Spots so viel cooler aus als unsere, Bro, da ist so Steine und so viel cooler. Unser Spot war so hässlich, man. Denn hier drauf, das kann man alles essen. So typisch. Direkt Buffet, ja. Direkt Buffet. Dachten wir uns und schon Spuckmaus. Ja, ja. Okay, zwei Sekunden hat's gedauert. Direkt begiftet. Sehr ähnlicher Spot jetzt so von dem ersten Eindruck wie bei den Naturensöhnen. Auch so ein bisschen eine Schlucht. Hier geht es überall runter und was. Und hier rein. Ja, natürlich könnten die Tiere dann auch von da einfach irgendwie kommen, ne, dem Fluss entlang oder was das hier ist. Viele Steine, also guter Spot. Kann man trainieren. Das ist schon mal wichtig. Sieht mir auch relativ ruhig hier, glaube ich, aus. Gibt es viel zu machen. Früher wurde er für sein Gewicht belächelt. Heute zeigt er durch seine positive Art, wie junge Menschen mit durchdachtem Training ihren Wunschkörper erreichen können. Aus der geteilten Inselerfahrung der letzten Staffel ist innerhalb eines Jahres eine waschechte Freundschaft entstanden. Nun wollen Nossi und Sascha gemeinsam triumphieren und mit einem breiten Grinsen auch diese Herausforderung meistern. Doch vielleicht wird ihnen das Lachen auch im Halse stecken bleiben. Wie, ist das mega? Boah, das ist bedroht. Ja, ach, super. Das ist mega. Ja, die Dinger, die Dinger. Ich beißte, denke mir so, was machen wir, was machen wir? Dachten wir uns, ja, wir stellen uns zusammen, machen wir cool und vorher lachen und da die Dinger rein, aber die haben sich überall im Mund verteilt bei mir. Noch Stunden später die ein oder anderen, wie sagt man, Blüten? Samen. Samen aus dem Mund rausgezogen. Muss ich schon sagen, war schon grausig. Aber war super. Coole Vorstellung, coole Vorstellung. Ja, findest? Ja, das ist mega. Kennst du das, oder? Was? Spaß. Jetzt tun wir kurz schauen. So, Startgewicht, 100 Kilo beim Knossel, genau, bei mir 83,6. Größe, ja, die haben mich um ein, zwei Zentimeter größer gemacht, als ich bin. Ich bin 1,76 und Skill Ranking, ja, ist stabil. Passt schon. Ich würde sagen, das ist fast ein bisschen unterschätzt. Was? Skill Ranking? Ja. Findest? Könnte Spur höher sein. Ich war schon schließlich bei der letzten Staffel auch. Bayern hat es gesiegt. Ja, das stimmt. Hihi, deswegen unser Outfit wieder, sehr panamäihlich. Das ist so cool. Wir sind Füchse, dachten wir. Wir sind gestrandet. Wie geht der Song bei dir? Wir sind gestrandet. Wir sind Rob, 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 Robinson, du bist unser Held. Für mich war das super emotional, also wirklich, das ist einfach ein Moment, wo du einfach weißt, so, jetzt geht's los und wir sind gestrandet und wir leben uns da so richtig rein. Für uns ist das dann keine Show mehr, sondern das echte Leben. Das haben wir ausgemacht. Und man weiß ja trotzdem nicht, wie harmoniert man, wie wird das alles. Man kann sich das ja noch gar nicht vorstellen. Du hast ja noch nie so intensiv so Zeit mit Knospen gebracht in der Wildnis. Guckt euch, dieser Blick, der sagt wirklich alles. Und dann mein Blick. Ich hatte einfach nur Angst. Ah Junge, geil ey. Und Bock. Und ich seh da schon aus, als wär ich 15 Tage in der Wildnis gewesen. Guckt euch doch mal, was hab ich für ne verfickte Fresse. Zu bepickelt, dreckig, alles. Schon der Bart, Alter. Ich seh da schon aus, als wär ich von irgendeinem Überlebensspiel angereist. Im steten Verlangen, das eigene Ableben zu beschleunigen, springt Jan von Häusern und Kleppen. Nach seinem täglichen Einkauf bei Lidl spielt er nackt Fußball oder ist als Stuntman auf der Bühne bei den 257ers. Alter Lachs. Und das ganze im fucking Glockenhorstrick um den Staunerhut, ey. Was ist das für ein Drip? Sag mal ehrlich. Was ist, jetzt mal ehrlich, jetzt mal so von ganz neutral betrachtet. Was ist das für eine Konstellation? Warte mal. Geiles Team, geiles Team. Wenn man genau hinschaut, ich bin ja nur 1,73 Meter und Jan Schlappe, nicht 2 Meter, aber der ist weit über 1,90. Und genau, also es war von Anfang an, war die Stimmung 1 und als Andreas rausgeflogen ist und Jan mein neuer Partner geworden ist und kam zu mir, wir haben High Five gemacht und wir haben uns vom ersten Moment quasi ohne viel miteinander zu quatschen uns gut verstanden. Erstmal jetzt Pipi machen. Willst du kurz deine Gefühle erzählen, während ich hier hinter dir pisse? Hier sofort. Was ist das? Alter, ist das? Ach, herrlich. Willst du kurz deine Gefühle erzählen, während ich hinter dir pisse? Mit der anderen Seite. Mit der Drohne. Tag 1, 15.12. 15.12? War das so spät schon? Boah, es wird 3D mäßig. Fritz kümmert sich darum, quasi mal was aufzutrapieren. Ich werde mal ein bisschen hier auf Sicherheit gehen und mal das Bärenspray rausholen. Hol doch mal die Grenzen noch raus. Ja, da ist alles voll. Oh, kann ich kurz die Gruppe hochreinhalten? Halt mal rein, den Lack. Wirklich nicht? Nee. Okay, alles klar. Wir haben ja 14 Tage Zeit. Ja, also weil... Ja, alles gut. Ich direkt eine Ansage gemacht. Nee, darfst du nicht. Da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Wie Mali mich einfach fragt, ob er das filmen darf. Ich sag einfach nein. Riecht dumm. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, warum. Ja, ja, ich weiß. Ich hab's ihm einfach verboten. Alles gut. Der oder lieber der Wolf? Kennt ihr Koro? Haha, Bro, wie random. Wie random. Alter. Ihr seht hier bei den beiden, ich weiß gar nicht, was ich zu Beginn gesagt hab, aber hier sehr ruffe See. Also sehr, sehr unangenehme See. Ähm, ähnlich wie bei uns. Non-Stop Vollgas. Hat man nicht einen Vorteil, wenn man mit dem Heli ankommt, wegen Überblick? Definitiv. Absolut. Wenn du hier mit dem Heli ankommst, wüsstest du, dass hier hinten ein See ist. Kommst du mit dem Boot an, weißt du's nicht. Geh du mal da ein bisschen. Ich guck mal hier nochmal. Ich find's grad so ungewohnt, dass zwei Kandidaten, also es ist plötzlich so viel Kommunikation. Absolut. Das finde ich gut. Ja. Also es ist ganz ungewohnt, weil sonst war immer nur so, ey, ich hab das gefunden, schau's mal, ich hab das gefunden. Das waren eigentlich immer nur Monologe. Genau. Das finde ich super. Ted meint, das soll schon überall Wolfspuren sein. Aha. Nein, nein, wir gehen doch da eh wieder hin. Ich weiß nicht, was es ist, aber Max mit diesem Ding auf der Schulter sieht aus wie so eine Einheit, die man sich so in so einem Strategiespiel so, äh, gerade gekauft hat, die jetzt irgendwelche Aufgaben erledigt. So Level 2 Oga Bro, der jetzt irgendwie so ein Schloss zusammenbaut innerhalb von zwei Stunden. Ja, so Clash of Clans mäßig ein bisschen, ja. Das ist unser Essen jetzt. Guck mal, wie cool die sind. Ja, da ist doch mal ein jetzt. Das war eine komplette Pfanne voll. Was ist es? Wir gehen euch den Fluss hoch. Oh, so ein harter Cut, okay. Okay, also wir haben, glaube ich, erst mal anderthalb Stunden noch dem Strand langgelaufen und dann rein in den Wald. Aber schade, wir haben auch den Eingang nicht in den Wald gemacht. Ey, Fritz, wenn du das hörst, was hast du? Oh, irgendwas. Was hast du? Und er macht so. Ich glaube, ich bin weiter rechts. Was hast du? Oh, irgendwas. Was ist denn das für ein Modus direkt? Irgendwas verschüttet, was in meinem Hals rumgrabbelt. Oh, ey. Das ist ja eklig, das mache ich nicht so was. Alter, mit Würgen jetzt schon? Hör mal auf. Also, du solltest bitte sterben in meinem Hals. Ich kriege wenigstens ein paar Proteine von der Scheiße ab. Na, aus der Lunge nicht ganz, ne? Nee. Umantra ist fliegen mit deiner Lunge. Du willst jetzt definitiv rüber. Ja. Guck dir das mal an, das ist alles Moor. Auch rechts war der Fluss, ne? Hast du denn gerade den Mund gefasst? Deine Brille beschlägt. Das ist so geile Aufnahmen. Das ist so geil. Genau dafür hat dich Fritz eingeladen. Geil. Ich glaube, wir müssen da rüber und dann rechts. Stimmt. Stimmt. Stimmt, wirklich. Deswegen wurden wir eingeladen. Ned Flanders verschluckt eine Fliege, wirkt da rum und macht irgendwelche komischen Geräusche. Ich beleidige ihn dann dafür und fall dann hin. Fertig. Schon haben wir genug von dem Duo. Nächstes Team. Deswegen wurden wir als Duo eingeladen. Ist das geil, Alter. Boah, hat er schon am Birken. Ey, die sind seit 10 Minuten da. Ey, Fritz, wenn du das hörst. Ja, höre ich? Einfach nur ein fettes Dank und das ganze Team im Hintergrund. Ja, gerne. Das sehen hier die Leute. Und eine Million Leute, die das hier sehen, wollen hier gefühlt selber mitmachen. Ja. Hundertprozentig. Aber das, was Trimix gerade gesagt hat, ist genau so, wie ich mich gefühlt habe, als ich die erste und zweite Staffel gesehen habe. Ich dachte, ey, fuck, lad mich bitte ein. Ich will da unbedingt bei der dritten Staffel dabei sein. Und deswegen nochmal, was Trimix sagt, danke an das gesamte Team im Hintergrund. Fritz Mannecke natürlich auch. Aber es besteht nicht nur als ihn, sondern halt ist das Ganze, ist ein komplettes Team im Hintergrund. Halt's Maul! Was denn? Plane, Digga! Ach ja! Wow! Digga! Halt doch die Fresse! Okay, das ist geil. Das ist ja mega! Wir haben ein Brett, Alter, fast. Was ist denn hier los? Wir haben eine Plane! Hä? Wir haben eine Plane! Eine kurze Verzögerung. Jo! Digga, einfach eine richtig fette Plane. Die alten Baumeister, hä? Schön mal bisken, was an Spielzeug direkt entdeckt. Okay, das ist geil. Gerrit macht auf jeden Fall ein paar sehr, sehr schöne Himmelaufnahmen. Man beachte, wie die GoPro aufgesetzt ist und wo die Handy filmt. und zwar genau hier oben hin. Ja, im Obi ausgesetzt, sagt Lechzo. Wir gehen jetzt pissen und dann setzen wir uns kurz hin und gucken einfach mal raus für zwei Minuten. Spannend. Guter Start. Guter Stand. Start. Unstand. Ich hab den ersten Fisch gefangen. Was? Der Spot erinnert mich sehr an den Spot, ich glaub von Fritzek in der Panama-Folge. Ich muss, also ich hab die Serie nicht mehr so ganz in Erinnerung, Serie 2, aber der Spot erinnert mich irgendwie sehr an Panama auch. Also die Rollenverteilung, glaube ich, kann man schon ganz klar erkennen. Ja. Was soll ich machen, Hanna? Ja. Kann das nicht sagen, was soll ich machen? Mama. Ich dachte kurz für einen Moment, die hat Mama gesagt. Damit bin ich überfordert. Ja und eine Sache wollte ich eigentlich nicht erzählen, aber ich sag's einfach, weil es einfach so ist, die Geschichte mit Andreas Killing, dass er die Mädels da, insbesondere halt die Anna-Kathrin halt da, belästigt hat. Von seitens von Anna-Kathrin gab es überhaupt, sag ich mal, keine Signale an Andreas, dass er halt quasi sich egal was erlauben kann. Deswegen, das wollte ich nochmal bestätigen. Das heißt, sie hat sich zu 1000% normal und korrekt verhalten. Das nochmal dazu. Ja, sieht auch schon ein bisschen wieder abgefuckt aus, aber man kommt hier schon irgendwie deutlich geil, also ganz gut rein eigentlich. Krass ey, guck mal, hier kannst du normal reinlaufen einfach. Also klar, du musst so ein bisschen klettern und hier drauf und so, aber das ist ja, das ist ja richtig offen irgendwie so, ne? Bisschen hügelig, ja, musst du aufpassen, wo du hintrittst, aber krass, 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 krass. Ich bin mal gespannt, wie es später noch bei uns gezeigt hat. Wir hatten gefühlt diese eine Buschhecke Pflanzenart da, die wirklich an jeder Stelle drei Meter hoch, ah, nicht drei, sagen wir einen Meter hoch, anderthalb Meter hoch war. Boah, ist echt so. Ohne Moos nix los. Ja, so schaut's aus. Wie gemütlich. Ja, schau, Wahnsinn, das ist echt top. Da will ich, da denke direkt an die Lana, die sie da drinnen so wälzt. Ja, und unser Hund auf dem Öffler aufpassen, für die die Lana nicht kennen. Der hat noch ein paar. Der wird da drin liegen, gell, und sofort aufschauen. Die wär so schnell drehen. Alter, wer sind denn die? What the fuck? Ey, Bruder. Team? Edel Talk. Und? Unser Motto ist? Bruder, hätte Dominik irgendwie Bescheid geben können, dass meine GoPro, mein GoPro Band hier so, Bruder, sieht aus, als hätte ich hier so, weiß ich nicht, als wäre so meine linke Seite des Gesichts irgendwie gelebt. Mann, was ist da? Papa Platte und Rietze. Ich sag's nochmal, ich hab die beim Ranking auf der letzte Stelle gestellt. Und, ja, gebrieft bin ich von meinem Sohn Luke, der quasi natürlich alle kannte und kennt, weil er halt Fan ist und genau die Generation ist von Papa Platte. Und, wie das ausgelaufen ist, natürlich kommt der Ergebnis beim letzten Mal. Aber, ich sag's nochmal, wenn man der letzte ist von den meisten Teams wo man ein Ranking macht, für mich wäre das genau die Motivation zu sagen, ich werde euch alle zeigen, dass wir die Kings sind, dass wir halt quasi die kompletten Underdogs sind, dass wir kommen werden und mit diesen extra Motivationen euch alle zu zeigen, dass wir das Ding absolut rocken werden. Go hard, oh go. Okay, lass mal machen. Oh, das ist cringe, Geil, die Steine zu rein. Team, Edeltalk. Go hard, oh go home. Wenn wir an Tag 3 merken, dass wir nicht hart gehen, dann gehen wir nach Hause. Gehen wir nach Hause. Ganz einfach. wir machen das. Oh, ey. Komm her. Jawoll. Let's go. Wieso gucken die denn alle direkt in diesen Wald rein? Warum chillen die da nicht oder bleiben da? Wegen der Flut, ne? Bei uns auch relativ egal. Sind da nicht reingegangen. Warte mal, ganz kurz, warum schreibt einer Skip rein? Bro, das bin ich. What the fuck? Wir skippen die. Skip die. Wir skippen die nicht. Was wollt ihr von mir? Bitte skip. Shut the fuck up. Wir gucken. Skip die Trottel. Bro, Maul. Ist das frech. Bruder. Alle anderen sind gespawnt an ihrem komischen Strand. Hatten alles, was die brauchten. Holz, Wasser. Junge, wir sind durch so. Aber die Idee, die Idee ist super, in den Wald rein zu gehen. Hat auf alle Fälle was, weil die Geräusche vom Meer, ich kann das aus Panama auf alle Fälle bestätigen, die sind so anstrengend auf Zeit. Also ich liebe es auch, manchmal in den Pen zu gehen, Regen, Wasser zu hören oder so. White Noise. Aber wenn du das ständig hast, in der Nacht kommt die Flu, kommt wieder eine fette Welle, wirst du wieder wach, denkst du, das Scheiße ist jetzt schon bei mir. Du hast nie eine Ruhe. Du fühlst dich immer beobachtet, immer unter Stress und kannst nie runterkommen. Einfach mal weg da. Aber was ich mich frage ist, die haben bis jetzt eigentlich noch kein Süßwasser gesehen. Weil eigentlich soll man sich doch eher da orientieren, oder? Das stimmt, die gehen einfach rein. Die gehen jetzt einfach mal rein. Weil du musst ja auch schauen, ob du Süßwasser da hast. Krass, stimmt. Und rennen jetzt mit dem kompletten Zeug einfach random irgendwo ins Landesinnere, ne? Das ist schon, schon eine wilde Entscheidung irgendwie. Was denn? Ich hab Wasser gefunden. Wie? Vieles Wasser. Ich wollte es nämlich gerade sagen, weil normalerweise suchst du ja einfach irgendwie erstmal so ein bisschen nach Süßwasser und guckst dann, dass du da in der Nähe dein Lager aufbaust, weil das ist ja das das Essentielle, was du halt viel brauchst. Nahrung kannst du ja später erst mal machen. Aber du brauchst halt dringend irgendwo eine Süßwasserquelle. Na gut, haben wir jetzt einfach Glück. Aber geil, oder? Nee, aber... Ich glaub, ich kann es mit einem Schritt machen. Alter, jetzt aber mal rein, na. Full send. Oh, nee, Digger. Nee, Digger. Oh. Scheiße. Oh, der der Fuß ist nass. Oh, scheiße. Oh, nee, ne? Was jetzt passiert, Freunde? Wirklich, wow. Einfach nur schön. Einfach nur schön. Oh, aber clean executed. Clean executed da. Krass. Er ist so oft hin und her gelaufen. Er hat so oft, er hat so oft immer so fake gemacht. Komm, Dominik, schaffst das. Zieh. Wir glauben an dich, komm. Wie ein Reh. Wie ein Reh jetzt. Oh, das stinkt. Oh, das sah so geil aus. Ist das so geil aus aus meiner POV. Oh, mein Gott. Was ist denn? Was ist denn hier los? Bleibt er einfach liegen? Digger, und Kevins Lache. Was ist das für ein Modus? Also, wenn du hinfällst oder dich abspringst oder abrutscht, okay, aber der ist einfach da geblieben, oder was? Ja, okay, ich bin ready, ready. Drei, zwei. Ah, okay, nochmal. Drei, zwei, eins. Sende. Alter, Lack. Wie er da liegt, Bruder. Der ist so. Oh, fuck. Ich glaube, der ist nicht verletzt. Aber, ich meine, der hätte mit Schuhen, entweder die Schuhe rein, oder... Er hatte eigentlich genau das gemacht, was er machen wollte. Alter, er wollte ja, er wollte ja sogar, er wollte ja sogar, er wollte ja sogar Bauch vorher rein. 14 Tage, und ich kann an der Stelle, ich würde es euch sagen, weil es ist ja letztes Jahr etwas ganz anderes. Und das jetzt hier zu zweit, dass man mit jemandem darüber reden kann, so Sachen zu sehen, die man in seinem Leben noch nicht gesehen hat, hier sowas zu machen. Aber das, was Knozzi gerade sagt, ist wirklich wahr. Dass man nicht alleine ist. Und alleine ist, ich denke, auch von Ängsten, von quasi irgendwie, dass man nicht einen Partner hat, wo man halt quasi was erzählen kann, wo man, wie er gerade sagt, er freut sich über den Pfund von Seil und hast du nicht gesehen, ist ein riesen Unterschied. Natürlich vorausgesetzt, dass man sich auch versteht. Das ist perfektes, klares, fast frisches, fast durchsichtiges Wasser. Oh, so unfair, das war eigentlich, oh mein Gott, oh mein Gott, so reingeschissen. Oh mein Gott, oh mein fucking Gott, so reingeschissen, Alter. Nahrung fehlt jetzt noch, aber wir haben Wasser. Wie Knozzi aussieht mit dieser Mütze und diesen kleinen fitzelhaaren in blond da vorne raus, Scheiße, ey. Wir sind wahrscheinlich, wir haben erfahren, das einzige Team, das sich gegen eine Plane entschieden hat. Ja, wir sind die einzigen ohne Plane. Aber Plane ist für Kinder. Ich finde es auch so witzig, eigentlich ihre Kappball. Ich muss mir das nochmal anschauen. Schau, wie es das ausschaut. Das ist so super. Plane ist für Kinder, einfach das Statement. Ob wir das nicht bereuen werden? Wir sind die einzigen ohne Plane. Naja, weil ihr wahrscheinlich auch einfach einen Wetterbericht gesehen habt und gesehen habt, dass es zwei Wochen lang nicht regnen soll. Wo sollen denn da Fische sein? Das habe ich mir auch gedacht, weil der Fluss, der da rauskommt, ist ein kleines Rinnsaal. Also, wo sollen da Fische sein? Aber guckt mal an, was hier gerade gezeitentechnisch, wellentechnisch abgeht. Hier ist nicht mal mehr viel mit Angel reinhalten. Und das ist das, was ich meinte, warum ich auch ein Foto gemacht habe, zum Thema, wie die Spots und die Inseln gelegen sind. Und das wird, glaube ich, einen Riesenunterschied machen. Alle, direkt bei allen, siehst du quasi noch die Helis und das Boot im Hintergrund. Und wir schon zwei Stunden Fokus. Nichts fehlen. Fokus. Voller Fokus. Rein da. Ich bin gespannt mit Jan. Bin ich ehrlich bin. Er ist da vorne. Ich will keinen Scheiß erzählen. Weil, ähm, das gehört sich nicht. Aber es ist schon... Gutes Gefühl heißt gar nichts. Weil, das Problem ist, ähm, wenn wir uns nicht gut verstehen, dann wird dieses Trip ein absolutes Albtraum. Das wird kein Paradies in diesem unfassbaren Fleck, die wir haben, sondern das wird ein ganz großer Albtraum. Aber wir haben den ersten Tag und deswegen gemeinsam harmonieren. Jan, du und ich, der kann mich nicht hören, ist da vorne. Ich hab's im Behind-the-Scenes, also auf der Reaction von Behind-the-Scenes hier schon alles erklärt und so. Aber nochmal zur Klarstellung, wie Joey dann auch gerade gesagt hat. Zu dem Zeitpunkt kannten Joey und ich uns höchstens 24 Stunden, also kennengelernt, erstes Mal mehr oder weniger gesehen, miteinander gesprochen. Auf einmal da, dazwischen lag eine Nacht und so. Also wir sind da ausgesetzt worden und kannten uns kaum. Also es war wirklich krank. Es war für ihn ja scheinbar, das wusste ich ja gar nicht. Ich hab ihn ja die ganze Zeit, auch von Anfang an so als den, als unseren Leader, als den, der so das Wort da hat, als mein Vater mehr oder weniger da angesehen, die Rolle. Und Joey ja scheinbar auch, hat ja auch sich auf jeden Fall Gedanken gemacht, dass das schon eine spezielle Situation jetzt ist, die wir da ausgesetzt. Ihr habt jetzt alle anderen gesehen, alles Freunde, auch Hanna und Affe, klar, auch nicht so richtig, aber haben sich auch vorher schon kennengelernt, zusammen Videos gedreht, bisschen zusammen trainiert. Für uns alles neu, alles komplett krank. Wir kennen uns überhaupt nicht, das wird Hardcore. Das ist schon krass, wenn man sich das so überlegt. Die kennen sie wirklich gar nicht. Du weißt nicht, wie der andere so ein bisschen tickt. Und du merkst in seinen Worten, er ist skeptisch. Er sagt zwar, er hat ein gutes Gefühl, aber ich hab so dieses Gefühl, dass er kein gutes Gefühl hat. Ja. Ich hab das Gefühl, dass er kein gutes Gefühl hat. Chad, was sagst du hier? Allein schon, wie er so angefangen hat. Er hat so ein bisschen so angefangen. Dass er nicht schlecht reden will. Ich sag euch ehrlich, ich will jetzt nicht, aber... Das ist einfach echt da, heftig, es ist halt heftig. Es ist voll verständlich, weil du kennst die Person halt nicht. Das ist halt, das Gefühl ist unsicher. Genau, unsicher. Weil das macht ja auch was mit deiner Psyche, ne? Und das ist ja auch super wichtig als Zuschauer, das zu verstehen. Dass sich halt Jan und Joey ja überhaupt gar nicht kennen und quasi, dass alles super spontan entschieden ist und so weiter. Das ist ein Riesenunterschied, absolut. Auf der Insel, 14 Tage alleine. Das ist einfach nur wild. Also das ist tatsächlich Seven vs. Wild, ist das. Eins muss ich mal sagen zum Jan, dass er so ehrlich ist, dass er sagt quasi, ich habe keine Erfahrung in Survival und, und, und. Aber das ist geil, weil ich habe den Jan gesagt, Jan, ist doch scheißegal, ob du Erfahrung hast oder nicht. Ich habe genug Erfahrung und wir gemeinsam müssen nur als Team funktionieren, quasi um dieses Ding zu rocken. Deswegen, ich habe in der Weltnis genug überlebt und wenn wir uns verstehen und wir gemeinsam arbeiten, um Ressourcenschutz, um Wasser und um Nahrung zu schaffen, dann werden wir das Ding in 14 Tagen rocken. Ich sage euch, Jan ist ein Industrieplayer von Lidl. Das ist ein Influencer, der wurde von Lidl rangezüchtet, okay? Okay, damit er dann irgendwann bei Seven vs. Wild mitmachen kann. Und jetzt hier, die haben jetzt nicht quasi, die haben jetzt quasi, weiß ich nicht, wie alt ist Jan, 22 oder so? Die haben jetzt so lange Geld investiert, um den so hoch zu züchten. Und jetzt lohnt sich das finally, Bro, weil das jetzt quasi, die haben jetzt irgendwie, je nachdem wie lange die halt drinbleiben, auf jeden Fall free Werbung so lange, you know? Erst 25, ja, okay, ja, und dann halt 25. Ich konnte mich nicht entscheiden zwischen Stauderhut oder Lidl Cap. Und dann habe ich spontan die Lidl Cap genommen, weil ich dachte, boah, wenn wir da irgendwie durchs Gebüsch kraxeln müssen oder so, dann geht der Stauderhut flöten, weil der sehr locker saß. Und die Lidl Cap, die konnte ich justieren. Deswegen ist es im Endgang die Lidl Cap geworden. So, zum Thema Bewegungsfreiheit bei unserem Spot. Leute, damit ihr mal ein Gefühl dafür kriegt, äh... So, ne? Wie findet ihr es bei uns so? Äh, was das hier für ein Gelände ist? Sieht eigentlich aus wie bei Otto und Fabio bei Survival Squad, oder? Ohne Scheiß. Deswegen, äh, war ich gerade auch so verwundert, wie die anderen teilweise normal da durchgehen können. Seht ihr, seht ihr diese Pflanze, diesen Busch, diese Hecke? Und der ist hier bis an den Horizont ran, als ein Streifen um unseren kompletten Spot. Und das war eine Stelle, ja, wo ich halbwegs überhaupt rausgeguckt habe. Also, das ist wirklich ein Gestrüpp. Das sieht erstmal jetzt schön aus, ne? Wie so, wie so ein bisschen Gestrüpp. Aber Fritz war ja gerade da drin. Das ist so tief. Alter, das ist wirklich... Ich weiß das aus Erfahrung davon. Also, das ist wirklich ein Buschsprungparadies hier quasi. Du könntest dich hier wirklich auf diesen Ast hier oben stellen und reinjagen. Teilweise höher, teilweise waren es drei, vier Meter. Die waren ab und zu doppelt so hoch wie ich, diese Büsche. Und das waren auch so richtig so überall so Äste, wo sich dann der Fuß verhakt, der Rucksack verhakt, die Jacke verhakt. Das Bärenspray dauerhaft immer irgendwo verhakt. Hallo, Bär. Wenn hier irgendwas sitzt, ich hab's hier richtig... Bitte was? Ich komme gerade vor wie bei Jurassic Park. Ohne Scheiß. Huch. Das ist, wenn die hier gleich wohnen, wenn die ihren Bauch haben oder sowas. Wir f***. Also. Manni, was sagen wir die da die ganze Zeit, Bro? Was wussten die da wegpieten? Also hier sieht's halt so aus, als könnte man hier entspannt reinlaufen, aber als wäre das auch ein Wildtierpfad. Genau so ist es. Das, was Fritzpanner gerade sagt, ist richtig. Das ist quasi wahrscheinlich der Zuweg für die ganzen Wölfe. Und das natürlich nachzugehen ist, oh, Risiko. Hohes Risiko. Wenn da auf einmal die Truppe mit 28 Wölfen dir entgegenkommen, dann musst du gucken, dass du halt die Bäume hochkommst. Du weißt genau, das ist eigentlich das Revier von Wolfsrudel. Das ist die Spuren, du weißt genau, das ist der Pfad, die wohnen da. Und da kommt der Mensch. Und was passiert ist natürlich immer jetzt ein Revierkampf. Ist der ein Revier? Also wie sieht der Revierkampf von Samuel L. Martin aus? Die hauen schon ab, weil sie denken, was kommt da für ein verwirrter Typ daher. Alter, das ist ja wirklich ein kompletter Weg, als würde der da irgendwie fertig betoniert worden sein, oder was? Ja, 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 ja. Also wir da, bis zum Wohnzimmer. Alter, wie geil. Alter. Ich sag dir eins, ich mach meins ready. Komm, was wolle. Martin, direkt im Modus. Denkerblick. Ja, also guck mal, das Ding ist, ihr sitzt jetzt alle entspannt zu Hause, auf dem Sofa und so weiter. Und denkt euch so, ja, geht doch mal rein, guck mal, was da los ist. Aber ihr müsst euch wirklich mal hineinversetzen in diese Situation. Du bist mit dem Heli angekommen, du hast auf dem Heliweg schon überall Wolfsscheiße gesehen. Du bist dann an deinem Spot angekommen und hast drüben Wolfsscheiße gesehen und alles voller Spuren. Das heißt, du gehst davon aus, dass hier irgendwo in dem Gebiet mal ein Rudel von 5, 6 Tieren unterwegs ist. Wölfe. Wo du nicht weißt, ob die jemals schon mal Menschenkontakt hatten oder nicht. Wahrscheinlich eher nicht, weil wir in einem Land unterwegs sind, wo seit 30 Jahren quasi niemand unterwegs ist. So, und jetzt gehst du diesen einzigen Weg rein, den es gibt, Wildtierfahrt. Und hast du das Gefühl, die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt irgendwie Wolfsgebiet ist, dass da 5, 6 Wölfe aktiv sind und rumlaufen und keinen Bock auf dich haben, ist recht groß. Du kannst weder nach links, du kannst weder nach rechts, das macht schon was mit dir in deinem Kopf. Das sieht jetzt hier, mit Abstand betrachtet, denke ich mir auch so, geht doch mal da rein, was ist denn los. Aber in der Situation vor Ort ist das schon nochmal ein bisschen was anderes, glaub mir mal. Ich bin im Rage-Modus, ich krieg den Bär, ich krieg den Wolf, ich krieg den Bär. Ja, Alter, ich geh jetzt vor, jetzt reicht's mir. So, pass auf, ich komm jetzt, ja. Ja, 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 ja. Das, was der Martin macht, ist richtig, laut zu sein. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du, sag ich mal, die Tiere halt erschreckst. Und wenn die das Gefühl haben, dass du die halt quasi erschreckst und die fühlen sich überfallen, dann die killen dich. Deswegen, ich bin auch mit Jan im Wald reingegangen, haben wir laut erstmal geklatscht und geschrien, dass die dann möglichst sagen, okay, wir verpissen uns. Ist das ekelhaft. Okay, yo, Team Fritz und Martin hat auch schon verloren an Tag 1, top. Also, das ist ein Gefühl. Ja, schön in Wolfsfahrt. Ja, okay, das ist natürlich auch nicht so smart, ja, das stimmt. Wenn die Flut richtig kommt, Digga. Dann geht die hier rüber. Digga, warum haben die denn alle so Sorgen über diese Flut gehabt? Wasser sah doch richtig chillig aus. Da habe ich mir wirklich überhaupt keine Gedanken drüber gemacht, als ich da angekommen bin. Einfach an den Strand gelegt. Krass. Da hätte ich also, wenn ich da in diesem Wald gestanden hätte, hätte ich im Leben nicht an alles gedacht, aber nicht daran, dass die Flut da hinkommen könnte. Außerdem auch, ich weiß jetzt nicht, wie gruselig die Situation war. Schon sehr gruselig. Also, kann man ja nachvollziehen, dass da die ganzen Trampelfade sind. Aber dieser Platz, den wir ja gerade hatten, könnte ja schon irgendwie... Ja, perfekter Lagerplatz. Das Ding ist, das ist jetzt eigentlich ein perfekter Platz, um hier ein Lager aufzubauen. Aber anhand der Spuren und des Abtrittes gehst du stark davon aus, dass hier immer mal wieder Wölfe langkommen und diese Route kennen und diese Route benutzen. Das heißt, als unwissender, naiver, baust du einfach dein Lager auf. Kann auch gut gehen. Wenn du aber die Erfahrung hast, machst du es nicht, was dir aber super viel Energie sparen würde. Krass. Zack, zack, zack. Was ist denn da für... Martin, ah geil. Bei mir merkst du mir so, okay, ich bin im Fokus. Ja, ist schwierig. Wie kriegen wir hin? Ah, müssen wir überlegen, wie wir handeln. Martin ist schon ein bisschen abgefuckt. Wie hättet ihr darauf reagiert? Boah, weiß ich nicht. Ich glaube, ich hätte es gar nicht so richtig realisiert direkt, Bro. Ich war so im Adrenalin-Film. So, Martin und Fritz haben das ja schon tausendmal gemacht. Weißt du, was ich meine? Die sind da, glaube ich, ein bisschen entspannter rangegangen und ein bisschen normaler. Bruder, wir waren da komplett in unserem ADHS-Film, Junge. Wir haben so dumme Scheiße gemacht. Da, wo Dominik rübergesprungen ist zum Beispiel, da hätten wir gar nicht drüber springen müssen. Wir hätten da einfach vorbeilaufen können. Wir waren so in unserem rein in die Masse-Film, Bro. Dominik ist umsonst hingefallen. Er hätte da nicht hinfallen müssen. Das gab keinen Grund. Hier drüben, es ist eine komplette Wand. Wenn du hier reinguckst, ist die Wand geführt da oben 6, 7... Guck mal, erkennt ihr das? Dieses Buschwerk geht von hier unten bis hier hoch, 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 hoch. Und hier ist die Oberkante. Du hast hier ungefähr 3, 3,5 Meter Busch. Einfach eine Wand. Es ist nicht eine Wand, sondern eine Wand wäre ja so und danach hört es auf. Sondern es ist einfach alles. Der komplette Boden besteht einfach aus 3 Meter Busch. Alles. Temperatur vor Ort. Ihr seht es ja. Blauer Himmel. Sonne prallt auf die Gesichter drauf ein. Und alle nicht in ihrer vollen Montur, sondern hier im leichten Kleidchen, würde ich jetzt mal sagen. Also Temperatur sehr angenehm bis warm. Also sehr... Oder warm bis... Sehr warm teilweise. Siehst du es? Ja, komplett zerfetztes Tier. Das ist komplett... Fuck, Alter. Oh, ist es vorbei jetzt? Ah, krass. Krass, einsetzt. Cliffhanger. Alright, geile Folge. Ja, geil. Geil, geil, geil. Ja. Völlig geisteskrank. Erste Folge komplett durch, oder wat? Wenn das nicht absolut fucking great ist, was das für eine erste, sag ich mal, Folge ist von 7 vs. Wild. Äh, ja, cool. Entspannt. Ja, war's. Sehr toll. Coole erste Folge. Coole erste Folge.